Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 79 und gerade als ich mich eingeloggt habe, wurde ich überfallen von einer bösen Silber-Elite-Spinne, die hier oben rumlungerte. Aber sie hat wie ihr seht nur die Spinnenseite getroppt. So, dann können wir mal weitermachen. Und zwar da oben für eine Questreihe von den zwei Manifens, die da unten standen. Weil da oben ist auch nur eine Begleit-Quest. Schwimmen wir zum Beispiel der Tiger, der Silber hat schneller. Aber man ist irgendwann so gewöhnt, dass man eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur laufen kann, dass man nach einer Zeit keinen Bock mehr hat und teilweise überall hinläuft. Ich glaube, das war falsch. Und unser Katzenfreund ist auch Level 52 da leuchtet worden, die Silber-Elite. Oh, das ging jetzt schnell. Ja. 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 Ich habe gedacht, wir brauchen wir länger. Ja gut. Hier sucht schon einer für Mecher-Hirurge. Da schreibt einer. Es sind 34 Menschen online. Ich glaube, da geht noch nix. Ich glaube, da hat er recht. Aber er ist noch recht früh. Aber er ist noch recht früh. Ist ja noch recht früh. Von daher. Fuck, geile Verbindung. Ach, der macht die Fockele Verwaltung. Wartet genau. Gut geduldig. Ja, ich erinnere mich. Was kann ich für euch tun? Ah. Das Licht sehen euch. Jetzt öffnen. Ah, hier. Ich glaube, die haben die Quest etwas verändert, weil damals mit der Fackel musste man auf die Wachtürme gehen. Und also Feuer einziehen. Oder das kommt noch. Braucht ihr etwas? Da. Ja, da ist das. Für die Allianz. Seit 10 Wochen habe ich denn dafür was bekommen. Mal gucken. Ich nehme die Fackel in der Vergeltung. Wo ist die Fackel in der Vergeltung? des Feuers. Ich bin blind, da ist er. Okay, ich soll nicht. Genau. Ich sollte ja nicht so schlimm. siegern ja mit dem bogen kaputt ich habe gewohntet er kommt in der hülle hier in die alle gesehen manchmal hat nur alle genau egal wo es ist jäger ich meine sogar die fackeln der vergeltung kamen oder behält man nach der questreihe und die man mal wieder anziehen also ich weiß zumindest ist das auch gekonnt aber dann irgendwann kam noch ein patch das war dann noch irgendwann in kata war es das wong siehe täpestig war ein paar jäger gucken ob man so Allerdings meine ich, es gibt nämlich auch, ich habe keine Munition mehr, nein, ich habe keine Munition mehr, kein Ding. Nein, wir müssen erst Munition raufen gehen, das ist mir ja lange nicht passiert, wir hatten noch so viele Schuss, da war es 800 oder so, alle verballert sind, aber so war das damals, das ist schon mal vorgekommen, das ist leider schon mal vorgekommen. Das ist krass. Die Waffe will wohl gerade nicht. Ich hoffe, hier vorne gibt es, ähm, gibt es Pfeile? Das ist ja was. Warum will denn die Waffen, die ist, was eingegraut ist, sehe ich. Mal gucken, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, bei so ein paar Sitzlager muss es doch auch, ähm, Pfeile geben. Oh, da sieht aber gut aus. Tollere Pfeile. Oh, 55. phantisch. Da ist es 200 mit. Da ist es 200 mit. Was parieren wir noch? Na man kann es auch nicht anklicken. ich mach mal wie vielleicht funktioniert das ja er sagt noch was tut uns aber gerade nicht da sind wahrscheinlich muss man sich ausfangen aber ist ein bisschen traurig wo die quest abgegeben haben oder so von daher machen wir das doch mal hier ich habe ja so drum verteilt natürlich wenn man jetzt ein flugmann hat hätte ginge das viel schneller aber leider leider habe es dicht beziehungsweise selbst wenn wir es hätten können wir es nicht hier machen weil die welt ist ja nicht zum fliegen hier freigegeben was eigentlich auch lustig wäre dann könnte man da mal hin wo theoretisch immer alles abgeschlossen hört sich jetzt so doof an aber abgesperrt ist ich würde sagen was im ständen auf dem kopf aber ja die fackeln schleuchtet schreiben auch mal nicht mehr hin das ist erstaunt aus ne ich bin auf der anderen seite ich weiß nicht wer es auch gesehen hat ist eine truhe das ist alles funktioniert ja oh und so ist noch was besser leckere mondbeeren saft ich mache das und das ist besser was soll ich eigentlich vermeiden na was soll's anscheinend muss man als jäger nachkommen spielen weil die ja eigentlich jägers sind die schießen dann einmal und dann laufen sie zu einem hin und down jetzt haben wir ein paar sterben jetzt haben wir ein paar sterben dann versuchen sie schnell wegzulaufen das sind glümbels ehrlich ich habe das gebiet damals gar nicht so gerne gehabt ich glaube hier war was vom hexenmeistern was geht euch durch den kopf das gehört hier zu den hexenmeistern muss man irgendwas machen ähm bezüglich des hexenmeistern das war ja auch furchtbar arbeit das war wirklich arbeit das war wirklich arbeit das war wirklich arbeit das war wirklich arbeit das war jetzt aber eine truhe drauf hier die truhen hier wo lange nicht mehr gehabt die andere frage ist ob da was tolles also nützliches ist das ist ja immer eine ansicht sache schlafen wir da schnell weg was ist das was ich meine tja ist das was ich meine aber gut hoffen wir einfach mal auf dem nächsten du bist keine truhen und wir gehen müssen n 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 noch eins ich kann gerade sagen, wer ist das denn, Resident Evil 40, aber schon gut ja manchmal ist das mit dem ziel schwierig muss lieber anklicken sehr gut ist noch eine für mich in an kopf geworfen einer hat sich das holen das ding nicht versterben sind finde ich auch doof das letzte sehr gut und bringen unsere quest weg so ein bisschen fällt ein dass es hier keine brücke rüber gab das fand ich immer schon doof über den schlitz in der mitte da hätten sie ja damals was machen können aber das wollten sie nicht aber wir werden jetzt hier erstmal parken dann geben wir nämlich die nächste quatsch die quest der nächsten folge ab mitzüge heißt es play wii wii wir sehen uns in der nächsten folge lasst ein abo da um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr wollt ein daumen nach oben wenn es euch gefallen hat auf wieder gesehen tschüss